Herzlich willkommen zu dieser Otaku-News-Ausgabe. Heute haben wir wieder interessante Themen für euch, unter anderem streicht Prime Video, weitere Anime aus seinem Programm, Attack on Titan Final Season bekommt ein Event und der Disc-Release von Pompo de Cinderfil ist endlich bekannt geworden. Darüber hinaus noch viele weitere interessante Themen, also lasst uns loslegen! Durch einen Eintrag auf der offiziellen Webseite von Amazon Prime Video wurde bekannt, dass in Kürze drei weitere Anime-Titel, die derzeit im Prime-Abo enthalten sind, aus dem Programm entfernt werden. Bei den drei Abgängern handelt es sich um die zwölfteilige Anime-Serie Comet Lucifer, sowie die beiden Anime-Filme Overlord The Undead King und Chintama The Movie. Diese sind nur noch maximal 30 Tage im Prime-Abo des Online-Händlers Amazon enthalten. Die Filme zu Overlord und Chintama sind derzeit in der deutschen Synchronisation bei Prime Video verfügbar, während Comic Lucifer zusätzlich zur deutschen Synchronisation auch im Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar ist. Wie bekannt geworden ist, wird Netflix das Anime-Special Pokémon Die Archeos Chroniken ab dem 23. September unter anderem mit deutscher Synchronisation anbieten. Pokémon Die Archeos Chroniken entstand unter der Regie von Yuji Asada im Studio OLM und beinhaltet das Charakterdesign von Shuhei Yasuda. Übrigens, das Pokémon-Franchise umfasst mittlerweile über tausende Episoden in 25 Staffeln, 23 Spielfilme und etliche Short-Clips sowie OVAs. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von Attack on Titan wurde für den 13. November diesen Jahres ein Spezial-Event angekündigt, auf dem es Neuigkeiten zum Finale geben könnte. Das Event findet im Tachikawa Stage Garden in Tokio statt und besteht aus zwei Teilen. Zunächst geht es um 13 Uhr japanischer Zeit mit einem Orchester-Konzert los und ab 18.30 Uhr japanischer Zeit findet eine Gesprächsstunde mit dem gesamten Hauptcast des Anime statt. Hier wird dann auch erwartet, dass neue Details zum dritten und abschließenden Teil von Attack und Titan – The Final Season verkündet werden. Bislang ist ledig bekannt, dass es sich bei dem dritten Part der Final Season um das Finale handeln sollen, das irgendwann im Laufe des nächsten Jahres in Japan startet und wie die ersten beiden Parts im Studio Mapper entsteht. Sobald es etwas Neues zu verkünden gibt, erfahrt ihr hier es sofort und als erstes. Also abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Bereits vor einigen Wochen haben wir euch darüber informiert, dass der Publisher KSM Anime sich die Rechte an dem Anime-Film Pombo de Cinefil gesichert hat und diesen auf DVD und Blu-ray veröffentlichen wird. Ab sofort ist der Film auch bei Amazon vorbestellbar. Der rund 94-minütige Film erscheint in der aktuellen Planung nach am 16. November diesen Jahres mit deutscher Synchro sowie im Originalton mit deutschen Untertiteln auf DVD und Blu-ray. Als extra wären unter anderem ein Kinoposter sowie Trailer und eine Bildergalerie enthalten sein. Pombo de Cinefil wurde unter der Leitung von Regisseur Takayuki Hirao, der ebenfalls das Drehbuch verfasste, im Studio Club produziert. Im Rahmen der Comic-Cat 100 in Japan verkaufte Bo Tidama, der Autor von Kiss Exist, ein kurzes Hentai-Doujinji mit den Charakteren seines populären Manga. Sehr zur Überraschung der Fans. Kurzer Reminder für alle Unwissenden, bei einem Doujinji handelt es sich um ein im Selbstverlag herausgegebenes Netzwerk, das überwiegend auf entsprechende Conventions wie etwa der Comic-Cat verkauft wird. In der Regel werden sie von nicht-professionellen Zeichnern nur als Hobby gewertigt und an Gleichgesinnte verkauft. Daher kommt auch der Name, denn Doujinji heißt übersetzt Gleichgesinntenzeitschrift. Oft beteiligen sich aber auch professionelle Zeichner daran, entweder um eine Luftveränderung zu sorgen oder um einfach einer neuen Idee nachzugehen, was anders nicht möglich wäre. Natürlich, wer hätte es anders gedacht, behandeln Doujinji auch vornehmlich die speziellen Fantasien des Autors, was das Genre in der Folge auch zumeist in Erotik oder Hentai einordnen lässt. Und was bietet sich dafür Bo Tidama, dem Autor von Kiss Exist, am besten an? Natürlich ein Doujinji über die liebesreizenden Schwestern seines bekanntesten und erfolgreichsten Werkes. Das Cover seines Doujinji zeigt dementsprechend auch die beiden Schwestern mit gesichtsvoller Ekstase und mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Der Verkaufspreis bei der Comiket lag übrigens bei 100 Yen etwa 72 Cent. Vor einem Monat startete der deutsche Publisher Polyband Anime eine Groundfounding-Aktion, mit der die Anime-Serie Future Boy Conan von Hayao Miyazaki nach Deutschland geholt werden sollte. Inzwischen ist diese beendet und das mit Erfolg. 166 Fans, darunter auch wir, haben 31.000 Euro gespendet, um Polyband Anime bei einem Disc Release der Serie zu unterstützen. Mit diesem Geld soll der Anime-Klassiker nun in der japanischen Originalfassung und deutschen Untertiteln auf Blu-ray veröffentlicht werden. Insgesamt benötigte Polyband Anime 25.000 Euro, um eine Omo-Veröffentlichung zu verwirken. Mit 75.000 Euro hätte die Serie zusätzlich eine deutsche Sprachfassung erhalten. Da das zweite Ziel jedoch nicht erreicht wurde, kommt die Blu-ray voraussichtlich ohne deutsche Vertonung nach Deutschland. In den nächsten Wochen möchte der Publisher weitere Details zur deutschen Disc-Veröffentlichung dann bekannt geben, die für März nächsten Jahres als 8-Disc-Blu-ray-DVD-Kombo-Set in einer limitierten Collectors Edition mit Shuba geplant ist. Kadokawa kündigte vor kurzem an, dass der Anime Made in Abyss The Golden City of the Scorching Sun am 28. September eine einstückendige letzte Folge erhalten wird. Der Anime erhält auch eine Veranstaltung zur letzten Folge am 25. September im Ije Anime Theater in Shinjuku. Bei der Vorführung der letzten Episode des Anime wird es auch eine Talkshow mit der Besetzung geben. Zu den Gastdarstellern gehören Miyo Tomita als Riko, Mary Ise als Rec und Shiori Isawa als Nanachi. Der Komponist Kevin Penkin wird ebenfalls an der Vorführungsveranstaltung teilnehmen. Wie die Nachrichtenseite Bloomberg berichtete, er wägt Netflix für sein geplantes werbefinanziertes Abonnement zwischen 7 und 9 Dollar pro Monat zu verlangen. Das Unternehmen plant, die neuen Abonnementpläne von Oktober bis November diesen Jahres in mindestens sechs Ländern einzuführen. Die werbefinanzierten Konten würden vier Minuten Werbung für jede Stunde gestreamten Inhalt beinhalten und etwa halb so viel, wie das derzeit beliebteste Abonnement von Netflix, welches mit 15 Dollar zu Buche schlägt, kosten. Netflix äußerte sich gegenüber Rarity zu Bloombergs Bericht und erklärte, der Bericht sei an diesem Punkt Spekulation. Das war unsere Tag und News Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert unbedingt die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.